Hallo, hier vom Stand auf der SC 2011 in Seattle und ich möchte kurz erklären, was den Unterschied von Dell oder bei Dell im Bereich HPC im Gegensatz zu anderen Anbietern ausmacht. Wir von Dell sprechen mit unseren Kunden im Vorfeld ihre Aktivitäten, ihre Projekte und versuchen so die Needs und die Bedürfnisse der Kunden exakt zu eruieren und dann gemeinsam mit ihnen eine Lösung im aktuellen Projekt zu finden.